So. Hier unten war, glaube ich, so ein Energy Drink. Aber seht ihr da oben das drehende Gesicht? Das wird vielleicht garantiert nach unten kommen. Oder? Es dreht sich schneller. Ja, ich wusste es! Das war knapp. Gut. Die zwei Striche, die ich durch den Energy Drink bekommen habe, sind schon wieder weg. Und ich traue dem nicht. Ich weiß nicht, ob die das getauscht haben. Ja. Vorher warst du links, jetzt ist es rechts. Und wenn ich jetzt rechts hochgeflogen, wäre ich gestoppt. Hm. Ich weiß nicht genau, ob der... Nein, ich glaube, der Energy Drink respawnt nicht. Das gucke ich jetzt nicht nach. Das ist mir zu gefährlich. Ja, du triffst mich nicht. Und du verschwindest einfach. Okay. Ich habe auch Angst, dass die Stacheln da runterkommen. Das ist furchtbar. Aber hier war, glaube ich, ein Leben versteckt in diesem Raum. Das kann ich gut gebrauchen. Was? Nein! Okay. Das ist wenigstens einfach, da durchzukommen. Mein Leben! Ja! Das Leben kann ich so gut gebrauchen. Da habe ich wieder vier. Uhu! Kann ich länger durchhalten. Wow. Ihr tötet mich nicht. Nein. Ich traue wieder auf. Ich glaube, die fliegen nämlich auch auf mich zu, wenn ich die nicht aufsauge. Böses Verstachelvieh. Jetzt sind hier auch zwei. Oh Gott. Okay. Ähm. Bla, bla, bla. Durch, durch, durch. Ah. Geschafft. Ich schaffe es echt, mich nicht treffen zu lassen. Wow. Energy Drink. Uhu! Kann ich hier brauchen. Nein! Oh. Wow, wow, wow. Ich schaffe es ohne zu sterben. Äh. Ah. Gut, ich kann einfach durchführen. Ich habe mich gerade gefragt, wie ich wieder zurückkomme. Aber, das hat sich dann ja geklärt. So. Und ich bin weiter. Ich habe drei Lebenspunkte. Und hier ist wieder ein offenes Areal. Das heißt, ich werde garantiert wieder Schaden nehmen. Und... Uhu! Ich habe es geschafft. Was? Nein! Ah! Lass mich doch in Ruhe! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich muss mal eben Pause machen. Ich muss mich an der Nase kratzen. So. Äh. Hm. Hm. Wie komme ich hier durch? Wow. Wow. Okay. Äh. Spring! Und... Ich habe es geschafft. Wuff. Nein! Oho! Oh. Ich schaffe es durch die blöden Kanonkugeln durchzuspringen. Aber die Krake bereitet mein Leben am Ende. Ah. So. Diesmal versuche ich nicht, das Curry aufzusammeln. Es ist mir zu gefährlich. Mann. Renn, Kirby! Oh. So. Jetzt habe ich aber hier fünf Lebenspunkte. Und... Das war wieder sauknapp. Gut, dass ich nicht früher gesprungen bin. Spring! Jawohl. Ha! Diesmal habe ich dich besiegt. Nicht du nicht. So. Leben! Ein Leben, das ist... Das ist wunderschön. Leben nämlich... Och Mann. Wenn ich viel Leben habe, dann kriege ich nicht mehr. Das heißt, es hat mir jetzt gar nichts gebracht. Nur, dass ich den einen Strich wiederhergestellt habe durch den Energy Drink. Äh. Was auch immer das in den Flaschen sein soll. So. Und noch eine tolle Kanone. Ich liebe es. So. Aber hey, ich komme erstaunlicherweise durch, ohne Schaden zu nehmen. Das ist... Wow. Okay. Die ist durchgeregt. Und... Ey, ich... Ich schaffe es jetzt, ohne zu sterben. Das ist toll. Und jetzt kommen wir wieder zum Hall und in den Himmel und... Gleich kommt der Boss und... Juhu. Ich freue mich so auf den Boss. Äh. Nicht. Gut. Was lauern die für Gefahren auf mich? Okay. Boss. Super. Äh. Er ist, glaube ich, wesentlich schneller als vorher und schießt mehr und hat mehr Bewegungsfreiheit. Alter. Wie viel Lebensenergie hat der? Und... Ich... Ich... Ich weiß schon, warum ich den hasse auf dieser Schwierigkeitsstufe. Äh. Und ich bin tot. Das war zu erwarten. Oh Gott. Aber es macht Spaß. Würde es keinen Spaß machen, dann würde ich, glaube ich, jetzt total ausrasten und... ...vor mich hin fluchen. Aber... Es... Es ist schon lustig. Auf jeden Fall. Aber... Ich kann gerade nicht so viel reden. Also... Ich versuche so viel zu reden, wie ich kann, aber... Es ist halt schwer. Wenn ich... ...mich eigentlich mit Ausweich beschäftigen müsste. So. Und jetzt schaffe ich schon wieder nicht mehr. Ja. Ah. Okay. Weiter soll ich. Ich muss jetzt wirklich weniger reden. Denn... Ich will das... ...schaffen. Mann! Äh. Noch drei Versuche. Wenn ich es nach dem dritten Versuch nicht geschafft habe, dann darf ich das ganze Level nochmal machen. Yay! Das freue ich mich da drauf. Und ich... Ich weigere mich, Save-States zu benutzen. Weil ich finde, das ruiniert den Spaß. Dann... Dann wird es viel zu einfach. Weil einige benutzen das Save-States, wenn manchen spielen. Und... Das will ich nicht machen. Hm. Kann ich schon. Nein! Lass mich doch mal in Ruhe! Oh! Hm. 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 Kirby fliegt auch total langsam. So im Vergleich zu dem... Zu dem Zeppelin, dessen Namen ich vergessen habe, kann ich überhaupt nicht ausweichen. Also, eigentlich kann ich schon. Ich habe es auch schon mal geschafft. Ich habe das Spiel schon mal auf diesem Schwierigkeitsmodus durchgespielt. Aber irgendwie bin ich jetzt so zu blöd dafür. Weil der startet auch mit so viel Lebensenergie. Wesentlich mehr, als wir haben. Komm, 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 komm. Ausweichen, ja. Nicht durchmessen, ausweichen. Ja, ja. Komm, 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 komm. Das kann ich schaffen. Das kann ich schaffen. Ja! Ja! Ich habe es geschafft! Ja! Das war verdammt knapp, aber ich habe es geschafft. Und ich bin weiter. Drei Level geschafft. Jetzt kommt nur noch ein Level und dann der Boss Run. Vor dem ich... Dann darf ich den nochmal machen. Toll. Da habe ich auch so keinen Bock drauf. Aber... Stage 4. Bubbly Clothes. Ah. Wo jede Menge Kirbys und Sterne in den Wolken versteckt sind. Toll. Ah. Das wird... Aber nur noch böser. Alles will mich jetzt töten. Auf dieser Stage. Ich traue dem Ganzen nicht. Ich erwarte eigentlich nur noch, dass ich auf eine Wolke drauf springe und die dann zuschnappt und mich frisst. Das wird perfekt passen. Und was soll das eigentlich darstellen? Fliegende Vasen? Hm. Wie auch immer. Ja. Ich weiß nicht, seid ihr böser geworden? Ihr seht noch so harmlos aus, aber ich werde nicht versuchen, euch aufzuseigen. Das... Aua. Endet bestimmt böse. So. Du warst vorher quadratisch und du bist wesentlich schneller geworden. Aber das hilft ja auch nichts. Ich fress dich auf. Ich sauch dich ein. Ha, ha, ha. So. Oh. Nein. Der Schirm. Der Schirm ist böse. Ja, das habe ich gemeint. So viele Schirme versuchen mich zu töten. Sie sind ziemlich effektiv dabei. Wenn man nicht weiß, dass sie versuchen, einen zu töten. So. Äh. Na. Jetzt kommt ihr sogar schnell von außerhalb des Screens. Und... Hm. Gut. Wenigstens der schon. Der ist harmlos. Der hilft seit der Kanone, aber... Au. Woher sollte ich ahnen, dass genau dann, wenn ich da drauflaufe, von unten irgendwas kommt? Also, ich bin... Schon wieder. Ich bin hier nirgendwo sicher. Ach, nö. Jetzt habe ich keinen Versuch mehr. Was? Aua. Boah, was hat der für eine Reichweite? Oh, mein Gott. Ich muss den Bossgegner direkt beim ersten Mal schaffen, sonst darf ich das Ganze nochmal machen. Uh. Das klingt nach Spaß. So. Äh. Ach so. Das geht... Pelikaner. Und... Wow. Okay, die waren mir ein bisschen zu schnell. Äh. Ja. Damn over. Ich darf die Stage nochmal von vorne machen. Yippie. Okay. Continue. Das ist... Das wievielte Continuum? Das dritte? Oder das zweite? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. So viele Leben, wie ich beim ersten Run verloren habe, werde ich hier wahrscheinlich ein Continuous brauchen. So. Gut. Also, viermal so viele Leben. Oder fünfmal? Ist egal. Ich kann grad nicht über sowas nachdenken. Ich muss auf die Stage achten. Dass ich nicht von jedem getroffen werde. Ja. Okay. Ja.